Oh, scheint als wärst du erwacht. Und deine Kraft scheint eine ganz besondere zu sein. Dann können wir ja an deiner Resozialisierung arbeiten. An meiner was? Ich ver... Halt den Mund und hör zu! Nur Geduld. Schon bald wirst du verstehen, wovon ich rede. Ach übrigens, ich hoffe doch sehr dir gefällt mein Parallelwelt, Navi. Ein kleines Geschenk von mir, das ich dir zukommen ließ. Was? Du solltest dich für die Aufmerksamkeit unseres Herrn bedanken. Noch bist du ein Gefangener. Wenn du nicht bald etwas unternimmst, wirst du deiner Vernichtung nicht mehr entgehen kann. Doch wenn du den Umgang mit dem Navi perfektionierst... Ich setze hohe Erwartungen in dich. ... ... Vielen Dank.